jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von titanfall 2 so es geht weiter so ich lasse die wand jetzt mal da wo sie ist weil wir jetzt ein bisschen was überlegt während das folgen breaks wir machen jetzt folgendes wir 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 machen das erst mal dann machen wir das dann müsste man das funktionieren was jetzt vorhabe all right okay wie geht es hier weiter so ich bin noch 200 meter von entfernt um 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 Nein, es muss round-around, oder? Hä? Also, round-around Und dann? Round-around Der... Okay, ich muss irgendwie nach oben kommen Kilo 1 Okay, round-around dann irgendwie dahin Ist gar nicht so einfach Kilo 1 4, hört ihr mich? Bitte kommen Kilo 1 4 An alle Einheiten, Kilo 1 4 antwortet nicht Bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4 Verstanden? Sind am Eingang von Sender 4 in Position und Kampf bereit? Nein, seid ihr nicht Das sollte genügen Hup, runter What the fuck? Hä? Was war das denn jetzt? Was ist denn das für eine Waffe? Wieso haben sich diese Bomben hier denn... Wieso haben sich diese Bomben hier denn... Abfiss dich. Abfiss dich, ganz drüben. Abfiss dich, Kontakt verloren. Oh shit. Get fucked. Nicht ganz, Bruder. Double take, was ist das? Ich bin nicht unbedingt Fan von der Woche, aber ich nehme lieber mit. Hey, ich bin da. Zielerfassungsmodul geortet. Überprüfen Sie Ihr Hut. Sudo-1-6. Das Team am Eingang von Sender 4 wurde aufgerieben. Könnte sein, dass der Pilot von dort zu hinten will. Sudo-1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein, konzentriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. In den Titan habe ich andere Pläne, du hast gar keine Pläne. Aber kurz. Ich bin ja ganz in der Nähe. Was mache ich denn jetzt gerade? Heja. Äh. Okay, so schnell komme ich doch nicht dahin. Stop this nonsense. Deine Verrückte. Verrückte. Ich werde hier hoch. Und dann hier hoch. Da komme ich gar nicht jetzt weiter. Interessant. Interessant. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Hä, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Haha. Gut, Sie sind an Erscheuerung. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um Sie in Reichweite zu bringen. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Oh mein Gott. Äh. Äh, gar nicht. Ich muss es sowieso hin. Das Moment, we own it. Warte, warte, andere Waffe. Oh mein Gott. Ich wusste jetzt nicht, dass die noch am Start sind. Die können von mir aus explodieren, wo ihr wollt, aber nicht mal mir. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Die, die, die Menschen, die Menschen. Ok, raus, 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 raus. Aus, nicht schwingen, nicht schwingen. Ey, wieso kommen gleich 30 Millionen davon? Alter, das ist jetzt mega, das ist jetzt extrem. Das ist jetzt für mich ein zu kleines Areal. Das ist für mich ein zu kleines Areal, wo ich wieder zu wenig ausrichten kann. Alter, wo soll ich hier hin jetzt? Alter, ich hab noch viel schlechte Wappen da, Alter. Ich hab noch viel schlechte Wappen da, Alter. Natürlich macht er den Punch zuerst. Ey, das ist doch teilweise mega lächerlich, Alter. Ich hab jetzt wieder die völlig falsche Waffe am Start. Ich hab keine, ich hab keine MG, ich hab nichts, Alter. Ey, wollt ihr mich jetzt irgendwie verscheißen? Ey, wollt ihr mich jetzt irgendwie verscheißen gerade? Ich hab keinen, ich hab keinen Titan. Ich kann nichts machen. Ey, ich hab keinen Titan. Ey, Bitch, please. Boah, Leute. Ey, ich hab... Ey, ich bin so... Ey, das ist jetzt die Situation, die ich überhaupt nicht mag. Das ist jetzt für mich mega unvorteilhaft. Ey, ich habe gerade überhaupt keine Chance, irgendwas noch zu reißen. Ey, how the fuck should I... Aber auf der Schwerf ist... Töne Musik was ich jetzt? Ich hab alle Fähigkeiten sie in den���. Was ich jetzt um, was ich... Ich hab alle Fähigkeiten, die Böcher aufgerissen, ist das Schwerf? Ja, was ich so richtig gemacht hat? Ey, ich hab alle Fähigkeiten. Das Schwerf ist ja toll. Ich hatte auch einen Schwerf? Ich hab 30 Dinger direkt hinter mir, direkt, immediately. Oh mein Gott, ist das euer Ernst, Alter? Oh mein Gott, ist das lächerlichste, was ich je gesehen hab. Wie soll ich das überleben? Jesus Christ, haust du sch... Die Mistlinge wissen direkt, wo ich bin, Alter. Das ist der Hammer. Und das ist der Wahnsinn, das ist das, was ich überhaupt nicht hab hier. Ey, vom was? Explosion, Mensch. Ey, das ist so lächerlich, ey, das ist so lächerlich. Ey, das ist der Hammer. Ey, ich hab keinen Titan, ich hab ne beschissene Waffe. What the fuck should I do? What the fuck should I do? What the fuck should I do? Alter, wieso springt der da nicht durch? Ey, ich dreh hier durch, ich kann nichts machen. Ich hab zwei Reaper, ich hab diese, diese ganz normalen Gegner. Plus... Guck mal hier rein, ey. Ja, natürlich kommen die da durch. Ey, natürlich kommen die... Natürlich kommt auch die Treppe da nicht hoch. Ne, ist klar, Alter. Ey, sag mal, wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen? Wie soll das hier funktionieren? Ich hab viel nicht, wie das hier funktionieren soll, gerade. Fört eine Granate, Motherfucker. Alter, wie, ey, Gott. Soll das funktionieren? Ey, wie soll das funktionieren, Leute? Ich hab keinen Plan, Mann. Ey, ich schwör... Ich raste hier gleich aus, Alter. What the fuck? Wie kann ich in zwei Sekunden sterben? Ey, sag mal, wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen, Alter, ey? Wie soll ich das managen? Ich geh jetzt mal hier weg, ey. Raus, 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 raus. Alter, ich bin fast tot. Oh mein Gott. So, bin ich jetzt erstmal halbwegs in Sicherheit? Ey, mein Jesus fucking Christ, man könnte übertreiben, Alter. Ich hab den Weeper. Wohin ist das denn, ey? Das ist gar nicht so weit. Okay, ich hab den Weeper, Mann. Ich hab den Weeper, Mann. Ich muss das soweit reduzieren, dass ich nur noch auf... ...dass ich mich nur noch mit dem Reaper duellieren muss. So weit muss ich das jetzt mal runter kriegen. Wenn ich das habe... Ich kann mich doch gar nicht sehen, Alter. Wie viel wollt ihr mich denn jetzt hier gesehen haben? Gott sei Dank. Ich muss runter, irgendwie. Das ist vielleicht jetzt der beste Move, den ich jetzt erstmal habe. Kein Gegner, keiner. Das ist jetzt mega kompliziert. Der erste auf dem Weg zu mir kann das sein. Das ist der Reaper. Was kommt er jetzt auf mich zu? Ihr wollt mich doch verscheißern ey es ist doch nicht mehr normal es ist doch das allerletzte was hier passiert ich muss irgendwie was anderes machen ich muss das irgendwie jetzt beschleunigen ich verliere sonst die nerven gerade ich verliere gerade absolut die geduld ich verstehe das nicht ich kapiere das nicht haben wir es jetzt das modul ist im projekte der schüssel was wo ist das ding doch nur verfickte scheiße hoch springen soll sie das scheiß mit du holen sollst du wieder weggehen nicht so schwer fall eigentlich so viel highly Ruich 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 Check das Wie erwartest du jetzt in Gottes Traum eine Rückkehr? Alter, es geht hier gerade so an meine Nerven. Das ist der Hammer. Echt, noch nie, ob ich so ein Spiel so an die Rande... Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich das? Ich habe das hier und zurück. Ich habe das hier und zurück. Ich bin der andere Seite. Was ist der andere Seite? Ich bring grad den genervt Wie mach ich hier weiter? Ich bin der Schreiber Ich bin der Schreiber Was soll ich denn jetzt tun sollen? Was soll ich denn jetzt tun sollen? Hä? Was soll ich denn tun sollen? Hä? Hä was ist... Ey really guys, what the f... Ey warte mal, ich muss mir mal sagen wo ich überhaupt hin soll Warte mal, bring den Sender da hin Ey wie komm ich denn da rüber? Hä? Geh mir mal einen Geisterlauf, den muss ich mal sehen Darüber 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 Hä? 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 Ey ich kille, ich peile, ey Leute, ich peile das nicht, ich tu mir leid Das ist mir alles klar Ey, aber danach weiß ich nicht mehr weiter Und jetzt? Der Sprung geht doch im Leben nicht Äh, ich hab grad die Schnauze irgendwie voll Irgendwie... Hä? Wie soll das denn funktionieren? Ich seh den Sprung nicht von der letzten Plattform Okay, dann mal die Schnauze Wenn das nicht mehr geht Du musst mich schocken. Natürlich kommt er noch. Natürlich. Natürlich, er muss nicht kommen. Wenn ich es gerade geschafft habe, muss dieser motherfucker kommen. Natürlich, er muss nicht kommen. Natürlich, er muss nicht kommen. Natürlich, er muss nicht kommen. Natürlich muss er kommen. Ich meine, du musst dich so sein. Ich meine, was auf der Erde? Ich hätte auch nie eine Chance. Er, ich hätte es nicht geschafft. Ich werde nicht vor dem nicht auf der Erde. Ich meine, was... Natürlich, aber alles von vorne Ich meine, ich verstehe das So, erstmal ruhig bleiben, erstmal ganz relaxed Äh, gleich bitte irgendwie runter Ja? Komm bitte, BT, hallo? BT, hallo? Steuern um die Tapino Gute Schuss Bittischer Schatten, Warnung, Warnung Bittischer Schatten Bittischer Schatten Bittischer Schatten Habe es Wir fahren eliminiert, Gebiet gesichert Sind Sie okay, Pilot? Puh Geht so, das war heftig Wie geht's dir, BT? Schadensbericht, Systeme arbeiten korrekt Und trotz Ihrer Selbstbewertung Ich bin sicher, Captain Lassimosa hätte gesagt Sie haben tapfer gekämpft, Cooper Danke Wieso muss ich nicht da rein? Äh, BT, wo müssen wir jetzt hin? Protokoll 2 Missionsupdate Ablinkmodul ersetzen Der Modulzockel befindet sich an der oberseite dieser Schüssel Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich Der Modulzockel befindet sich an der oberseite dieser Schüssel Wurf und schluss 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 Dort So komme ich irgendwie nicht weiter Okay, wie komme ich denn jetzt da rein? Wollen wir uns eigentlich einen Double Jump machen? Double Jump Hä? Wollen sie nur so weiter, aber an ihrer Stelle würde ich aufhören den Helden zu spielen, dann leben sie länger. So, 24 Meter noch. Da geht es nicht weiter. Irgendwo ist ein Fluggerät über mir, unter mir, keine Ahnung. Das ist ein Fluggerät über mir. Das ist ein Fluggerät über mir. Das ist ein Fluggerät über mir. Da geht es los. Das ist es schwierig. Da geht es nicht. Da geht es kurz. Die Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. BG! Haben Sie. Die Schüssel ist wieder online. Kommen Sie zurück, dann kontaktieren wir die Flotte. Großartige Arbeit, Sir. Richter, hier ist Blisk. Ja, ja, bin schon unterwegs. Richter Ende. So liebe Leute, ich mach mich mal jetzt im Folgenbreak. Wir haben auf das Zuschauen bis zum nächsten Part von Titanfall 2. Bis dahin, haut rein. Und tschüss. Richter hier. Die Noten abfahren und zerstören. Dann kümmern wir uns um die restlichen Militseinheiten. Reaper nähern sich.